So duschen wir als Vollzeit-Van-Lifer. Wir haben ein Bad mit Dusche im Van und können dank Boiler etwa 2 Minuten warm duschen. Dazu müssen wir nur unsere Toilette rausstellen. Außerdem haben wir auch eine Außendusche, die hauptsächlich bei warmen Temperaturen im Einsatz kommt. Ansonsten haben wir immer die Möglichkeit per App nach einer öffentlichen Dusche in unserer Nähe zu suchen oder einen Campingplatz anzusteuern. Noch Fragen?